Leute, vor wenigen Tagen habe ich über folgendes Event gesprochen und dieses Event hörte geiler, als wir es uns alle vorstellen. Es ging um folgendes Video, was ich vor zwei oder drei Tagen veröffentlicht habe. In Season 22, laut Leaks, soll es tatsächlich schon soweit sein, kommen die OG Maps zurück. Ob das jetzt mehrere Maps sind, abgesehen von Kings Canyon, wahrscheinlich World's Edge, Olympus, das ist jetzt so meine Vermutung. Vielleicht ist es auch nur Kings Canyon, 100% sicher ist das natürlich nicht. Diese kommen in Season 22 für ein Event zurück. Das sollte jetzt mittlerweile soweit klar sein, wahrscheinlich leider nur für zwei Wochen, das gab es schon mal, das war sehr erfolgreich. Wer das Video nicht gesehen hat von vor ein paar Tagen, guckt da gerne noch rein. Es sind aber jetzt Details noch aufgetaucht, die schon älter sind. Ich war wahrscheinlich ein wenig ungenau mit meiner Recherche, weil ich da verschiedene Quellen hatte. Dieses Event bringt einfach gefühlt Original Season 2 Feeling zurück. Was meine ich? Der Zustand der Waffen wird komplett resettet auf den Zustand von Season 2. Dabei ist das nicht einfach zu geil. Wir kriegen also nicht nur die OG Maps als Limited Time Modus zurück. Wie gesagt, welche Maps alle dabei sind, mindestens Kings Canyon, ob es mehr sind, ist aktuell noch nicht so ganz klar. Aber wir bekommen den Zustand der alten Waffen zurück. Sprich, so muss ich zeigen, die Wingman mit schwerer Munition. Ich meine, die Änderung ist noch nicht ganz so lange alt im Vergleich zu Season 2. Schweres Mag, Digivisier, Skalpiercer und so weiter. Aber wir haben dann die Prawler mit Fire Receiving Mod auf dem Ground Loot. Wir haben dann wahrscheinlich die Mastiff, die Kraber. Die Mastiff war auf jeden Fall eine goldene Waffe damals. Diese Waffen waren im Care Package ja damals Gold. Da gab es die goldenen Floor Loot Waffen noch nicht. Da war die Mastiff eine goldene, sprich jetzt rote Waffe wie die Kraber. Die Kraber war drin und ich glaube, es waren auch nur diese beiden Waffen im Care Package. Inwieweit die Waffen inklusive sind, die wir nach Season 2 noch alle bekommen haben, ist nicht ganz klar. Wir werden auf jeden Fall die Havoc und die Elster noch mit dabei haben. Die Havoc übrigens auch mit Fire Receiving Mod. Da gab es dann einen Einzelschussmodus, der ultra, ultra nice war, nice aussah und auch richtig geil klang. Ob die Body Shielder für dieses Event zurückkommen, auch nicht ganz klar. Aber ich gehe jetzt einfach mal in meinem Kopf davon aus, dass wir Original Season 2 für zwei oder drei Wochen zurückbekommen. Das heißt, das goldene Körperschild ist wieder da. Das rote Evo-Schild fliegt raus. Es gab damals nicht das Evo-Schild. Du konntest quasi dein Körperschild mit Schaden und so weiter nicht pimpen. Du hattest nur Weiß bis Gold, Lila und so weiter konntest du finden. Was gab es noch? Wir hatten das goldene Knockdown. Du konntest dich natürlich self-reviven, aber irgendwas war zwischen goldenem Knockdown und goldenem Rucksack. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Ich glaube, goldener Rucksack hast du dich doppelt so schnell geheilt. Und noch irgendwelche anderen verrückten Sachen. Ich bin mir gar nicht so sicher, was da noch alles war. Alternator könnte sein. Stand Season 2 war, glaube ich, auch mit Disrupt-A-Rounds. Das war so das ekligste, was du in ganz Apex Legends eigentlich erleben konntest. Wer das verpasst hat, Apex Legends OG Alternator mit Disrupt-A-Rounds, als die erstmalig veröffentlicht wurden. Das war einfach sowas von OP-krank. Sowas gab es in Apex Legends derartig dann nicht wieder. Kann man nicht ganz mit der zu übertriebenen Devotion vergleichen, die anfänglich auch ziemlich ekelhaft war. Aber das war geil. Da müssen wir mal gucken, inwieweit er vielleicht ein bisschen justiert wird an sämtlichen Sachen. Aber dieses Event wird einfach nur Halt die Luft an mit Sicherheit richtig, richtig geil reinknallen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und by the way noch bemerkt, ich habe heute gelesen, angeblich in Season 22 die neue Battle Pass Reactive Waffe soll wohl die RE45 sein. Coole Geschichte. Das war es von mir. Bitte nicht vergessen, das letzte Video auch noch zu schauen. Es geht nämlich um die Verlosung. Habe ich es noch drin? Ah, ich habe das Bild leider schon gelöscht. Das war M-Controllers. Achso, hier habe ich es. Es geht um die Verlosung für dieses schöne Ich-Bin-Spitze-Vorbereitet. Moment, einmal Trans-An-Bildschirm-Anpassen. Vielen Dank. Es geht um diese drei Sachen. Wir haben einmal für das aktuelle Event, was jetzt gerade im Summer Sale ist, das Korrumpiert-Event, den 301-Skin, den, ähm, wie heißt die alte nochmal? Ich habe schon wieder ihren Namen vergessen. Conduit. Den Conduit-Skin könnt ihr gewinnen. Und diesen Legenden-unabhängigen Banner-Frame, den jede Legende nutzen kann. Diese Verlosung findet ausschließlich auf dem letzten Video auf YouTube statt. Wer das also verpasst hat, sollte das unbedingt noch mitnehmen. Vergesst weiterhin nicht zu abonnieren, Daumen da zu lassen, Kommentare und so weiter. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Und alle, die die OG-Zeiten von Apex Legends verpasst haben. Das ist geil. Es wird ein Fest. Klar wird euch wahrscheinlich die Original-Kings Canyon-Map nicht ganz gefallen. Ich feiere sie. Es war meiner Meinung nach die geilste Map aller Zeiten. Dabei bleibe ich. Und wir warten die District-Map in Season 22 ab. Leute, das war es jetzt von mir. Ich bin raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.